Immer noch stark dabei, den Ruf aufzubessern, aber es wird ja langsam. Oh, Sheriff, was eine schöne Überraschung. Ich bin nicht sicher, dass ich dich hier vorher gesehen habe. Ich habe ein paar Fragen für Georgie. Ich muss Ihnen sagen, dass Georgie nicht bemerkt, wenn er arbeitet. Ich muss Ihnen sagen, dass Georgie nicht bemerkt, wenn er arbeitet. Und er ist jetzt in einem kleinen Mood. Ich meine, mehr als normal. Ist er da allein? Er arbeitet mit einem der Tänzer, aber keine Angst. Die Geschwindigkeit ist unsere Guarantie. Das ist schon fast eine coole Blumentapete. Willkommen zum Pudding und Pie, wo wir den diversen Tasten der Fable-Kommunität betrachten. Dein Pfeil ist unser Pfeil. Wollt ihr, Lilly, dass sie hier gearbeitet hat? Oh, meine Lippe sind gespeichert. Du hast besser gefragt, Georgie. Ein bisschen laut hier. Ich wollte mich umsehen. Oh, das ist du. Wir sind geschlossen. Keep dancing, you. Ich habe nicht gesagt, stopp. Für fuck's sake. Danke. Okay, ich habe es mir vorgestellt. Okay, ich habe es mir vorgestellt. Was willst du dann? Du bist hier für ein bisschen Zutaten? Tell you what. Komm back after midnight, maybe. I can hook you up. Or, uh, knowing you, this is probably not quite your style. Well, you'd prefer someone who can take a bit of a beating. Tell me, do you prefer a stationary target or one that will put up a fight? I can arrange whatever you like for the right price. I'm not here for that. Oh, I'm not here for that. You just stopped in for the chips, then? Jesus, Bigby, you're so corny. I love it, though. No, seriously, I love it. Okay, all right, Sheriff. Just fucking with you. Look, I know why you're here. Are you sure? Listen, Sheriff. Around here, we can't afford to wait for you and your swanky pals to take an interest. We have to look out for each other. When shit happens, I hear about it. Especially if it concerns my livelihood. In that case, I assume you knew Lily was glamored. Of course she was, you daft git. She was a troll. No, I mean glamored to look like another fable. Yeah? Well, so what? Who gives a toss? People get up to all kinds of things when nobody's watching. I think you're behind this. You got her a black market glamor as part of some twisted sex fantasy. Ooh, black market, is it? How exciting. This is exactly what I would expect from a thug like you. Storm in, throw around a bunch of accusations, try to scare people. But you've got fuck all to back it up. And we're all just meant to jump any time the wolf shows his teeth. He used to be something, you know. Now look at him. Nothing to back it up? Well, what the fuck is this then? Get that out of my face. I found it on Lily's body and it's definitely a back alley job. Where did she get it? You've got this all wrong. If Lily was doing a special glamour, it wasn't for me. For fuck's sake. I want that kind of heat. Who was she doing it for then? She had clients, Big Bit. Maybe one of them was into it. A lot of fucked up people in Fable Town. Like who? Try looking in the mirror. Anyway, now what to do with me. Go on, then. You're going to hit me. Go ahead. That's what you want to do, right? That's what you came here for, right? One more time. Who hired her? Oh, no. Fuck. Ich hab nichts gemacht. Das warst du. Fuck off, Vance. Hold on a minute. Hans, is it? Hans just cleans up and provides a little muscle when we need it. He's not going to know anything about the girls and their clients or any of that. No one knows. Don't you get it? It's by design. Discretion is our guarantee, right? And the way we guarantee that is that no one knows anything they don't have to know. Including me. I cover my eyes and take my cut. End of story. Why not look it up? What's that? Isn't there a little book with all the stuff about the girls and all that written in it? You're a fucking moron. Show me. There is no book. And as for you, Hans, we need to work on your communication skills and have a fairly good idea where to start. Hey, that's my personal property. Sure, go ahead. Do what comes naturally. Tell me about the book. You haven't got the slightest clue about anything. Hey, now. Cut the crap, Georgie. I want the book Hans is talking about. Hans is confused. Again. Don't even think about it. Look, Georgie. Why don't you just tell me where the book is? Can we please not go round and round about this? There's no book. End of story. Do not touch that. You hear me? That's nothing to do with you. There's still time for you to just cough it up. I'm sorry, Sheriff, but there's no handy magic book with everything you want to know jotted down inside. I sincerely wish there was. Maybe it would get you off me back. Well, well, what's this? Looks like a floor safe. I wouldn't know. It was here when we moved in. I don't have a key to it. Sheriff, will you come on? Fuck's sake. I've got to open up in a few hours. Give it to me. You're a big bad bastard. We get it. Everyone's guilty. We fucking get it. Jesus, you're killing me. I'm begging you. I'll pay you. Two women are dead. Then quit being a bloody idiot. Come on, Nate. Leave it. There's nothing there for you. You might want to stand back. All right, all right, all right. Get off. Bloody come on, men. Prick. Da hab ich fast Lust, das Ganze nochmal zu spieren. Alles kurz, um klein zu haben. Da war aber viel Geld drin. Hier, das ist Lily's letzte Entry. Also sag mir, Georgie, wer ist das, Mr. Smith? Oh, Gott. Ich glaube, es könnte ein falsches Name sein, Bigby. Secrecy is sort of how this all works. Even Hans knows that. What's 207? Room number? I don't fucking know. Millimeters, maybe? Don't bullshit me, Georgie. This is your book. Your girls. I'm not their fucking secretary. I give them a stage. I give them music. I provide an erotic venue to attract and retain clients. But let's be clear on something. The girls make the arrangements with their clients. Not me, the girls. They're the ones with the Mr. Smiths and Joneses and Mr. X-Types. Whatever happens outside the club, that's on them. I log the business, take my cut and I'm out. Now, I've had quite enough of you and your bullying. Excuse me while I call your superiors to make a complaint. Mach, was du nicht lassen kannst. Hallo, Business Office. Hä? Georgie. So, jetzt würde ich gerne mit dem Paddel zuschlagen. Ja, das ist richtig. Ich würde gerne mit dem Paddel zuschlagen. Ja, ich hab mich schon gerecht. Ich gebe nicht ein Ratsache über das. Ich schau ihn einfach von mir, okay? Nein, ich will nicht... Okay, ich werde das gebrauchen. Faith dafür umso mehr. Ist da was drin in der Box? Das macht viel Sinn. Der Lock wurde örtet. Faith, danke für mich heute Morgen. Wir sprechen bevor du nach dem Apartment gehen. Lilly... Sie sehen, dass sie beide einen von Lilly gesehen haben. Lieblings. Lipstick, Lipgloss, Compact, Glitter. Faith. Entschuldigung. 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 Ich habe dich dort gesehen. Ich habe dich nicht in der Mitte gesehen. Ich habe dich noch nie gesehen. Ich habe dich nicht hier gesehen. Ich habe dich nicht hier gesehen, dass ich hier noch nicht gekommen bin. Ich habe mich versucht, zu verabschieden. Sie versuchen mich zu verabschieden. Wie heißt das? Und heißt das? Ach das? Deswegen dieser Flossentanz vorhin. Sie haben die Legen. Ist das eine Glamour? Nein, sie sind real. Sie lieben sie. Sie kosten mich viel. Mein Name ist Nerissa. Naarissa, ich habe ein paar Fragen. Natürlich. Ich habe keine Antwort. Sie müssen sie selbst finden. Sie sehen, Lilly, letzte Nacht? Wo sie ging, oder wer sie war mit? Wir können nicht über die Arbeit reden. Das ist ein Verbrechen. Ich meine, kann nicht. Diese Lippe sind geöffnet. Die Geschwindigkeit ist unsere Begründung. Das ist wie die Dinge hier arbeiten. Mit dem Design. Die Leute benutzen diese Fähigkeiten. Was das heißt? Das ist was ich muss wissen. Lilly, letzte Entfernung. Wer ist Herr Smith? Wo ist 207? Ich muss wissen. Diese Lippe sind. Entgegenkommen, wir nehmen es mal an und hoffen, sie hat es geschnallt. Okay. Was würde ich tun? Ich brauche 150. Es ist nicht gut, dass es kurz ist. Entschuldigung hier für einen Moment. Entschuldigung. Nicht 207? Entschuldigung. Du denkst an etwas. Die örtlichen Hände. Hm. Das ist, wo sie haben. Entschuldigung. Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen. Entschuldigung. Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen. Die Dame. Sehr sinister Polizist. Mann, war der Bus laut. Hotel. Ich sage immer weniger, aber... Hm.